Umso mehr, dass Menschen zum Rudern haben, dass sie irgendwie den Kopf über Wasser halten, umso mehr treten sie nach unten, das glaube ich. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo es nur ein paar wenige schaffen mit viel Ellbogentechnik und mit viel Herumtrixerei, dass sie nach oben kommen und wo der Rest der Gesellschaft ihnen nachhechelt und erfolglos und unerfolgte Aussichten sie anhimmelt. Das möchte ich nicht. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, die auf Seiten der Ärmeren und der Schwächeren steht, die diese Ärmeren und Schwächeren absichert, die sie stärkt, sodass sie für sich selbst sprechen können. Ich möchte in einer Gesellschaft, wo Reiche nicht umschwärmt werden, wo Mächtige nicht umschmeichelt werden, sondern gerade von den Reichen, von den Staaten und von den Mächtigen ein fairer Beitrag eingefordert wird. Und deswegen will ich die SPÖ. Ich will die SPÖ, weil sie wirtschaftlich auf Seiten der Arbeiten steht und gesellschaftlich auf der Seite der Schwächeren und das halte ich nicht.